Hallo liebe Zelda-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen BOTW Tipps und Tricks Video. In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr die Kletterrüstung bekommen könnt. Abfahrt, let's go! Die Kletterrüstung hat die Fähigkeit, dass ihr Felsen und Vorsprünge schneller hinaufkommt. Und das Gute an dieser Rüstung ist, ihr könnt sie bereits am Anfang des Spiels erhalten. Und dieses ist durchaus sehr sinnvoll, da ihr sicherlich wenig Ausdauer haben werdet. Und durch die Rüstung könnt ihr dann ein bisschen höher klettern. Die Kletterrüstung findet ihr nicht wie andere Rüstungen in Truhen oder Höhlen. Nein, ihr müsst einfach nur drei Schreine besuchen. Zu einem wäre es der Ridahi-Schrein, dazu gesellt sich der Shazuketa-Schrein. Und zu guter Letzt ist es dann auch der Tano-O-Schrein. Das Ganze habe ich euch hier einmal auf der Karte markiert. Wir werden gleich die Schreine nach und nach durchgehen. In jedem Schrein findet ihr eine Kiste und in jeder Kiste findet ihr ein Rüstungsteil. Hier haben wir den Shazuketa-Schrein und ganz weiter oben ist es dann noch der Tano-A-Schrein. Das sind die drei Positionen und dort reisen wir jetzt einmal hin. Wir starten beim Ridahi-Schrein, aber keine Bange, ich werde euch jetzt nicht spoilern. Ich werde euch nicht den Lösungsweg zeigen, wie ihr den Schrein meistern könnt. Nein, ich zeige euch nur die Position, wo sich die Kiste befindet und welches Rüstungsteil ihr darin bekommen könnt. Also, rein geht es in den Schrein. Hier angekommen, so sieht er aus, der Ridahi-Schrein. Und genau an dieser Position, nämlich hier, befindet sich die Kiste. Wir werden sie aufmachen und da drin finden wir dann das Kletterkopftuch. Das wäre dann Rüstungsteil Nummer 1. Wir machen weiter mit dem Shazuketa-Schrein. Dieser befindet sich hier auf einer kleinen Insel. Die Kartenposition habe ich euch bereits verraten. Wir gehen hinein und auch hier gilt, ich werde euch nicht die Lösung verraten. Nur soweit, der Schrein ist nicht ganz einfach. Ihr müsst gegen jemanden kämpfen. Schaut euch das aber selber an. Sobald wir hier drin angekommen sind, zeige ich euch den Weg jetzt zur Truhe. Ich werde in den Kampf selbstverständlich überspringen. Wir wollen hier nichts spoilern. Und es geht hier diese Treppe nur hinauf. Hier vorne gibt es eine Kiste. Und hier drin befindet sich das Rüstungsteil Nummer 2. Und zwar sind es die Kletterhandschuhe. Zu guter Letzt betreten wir jetzt den Tano-A-Schrein. Und den könnt ihr meistern, indem ihr den Schrein überhaupt es findet. Nein, auch hier spoilere ich nicht. Ich verrate euch nicht, wo ihr ihn finden könnt. Nur so viel. Er befindet sich an einem Ort, wo niemals die Sonne scheint. Äh, äh. Nicht, was ihr jetzt denkt. Es ist ein Ort auf der Karte. Ihr werdet ihn schon finden. Hier ist die Kiste. Wir machen sie auf. Und dort drin verstecken sich die Kletterstiefel. Damit habt ihr alle drei Teile gefunden. Das Rüstungsset ist komplett. Viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Ich bin wie immer euer Showtalk. Bye, bye.